Warum scheitern so viele Auswanderungen? Einer Statistik zufolge kommen 70% der Auswanderer wieder zurück nach Deutschland. Auswanderungen enden oft im Fiasko. Der Gedanke, jeden Morgen vom Meeresrauschen geweckt zu werden und den Tag am Strand in entspannter und lässiger Atmosphäre zu verbringen, ist ja auch verlockend. Sonne, Strand und Meer und einfach so in den Tag hinein zu leben. Eine Urlaubsidylle wie wir sie alle lieben. Aber auch dauernd dort zu leben und in den Alltag einzutauchen, hat nichts mit romantischen Vorstellungen von Easy Living, kleinen Entbehrungen, dem Glück im Einfachen oder Ursprünglichen zu tun. Die Fata Morgana weicht und die Routine hält Einzug. Sehr schnell wird der Auswanderer von der nackten Realität in das wahre Leben zurückgeholt. Gibt es genügend Ersparnisse oder eine laufende Einnahmequelle ist die Normalität mit all ihrer Monotonie leicht zu ertragen und macht Spaß. Fehlt aber das nötige Kleingeld oder die nötigen Sprachkenntnisse, kommt schnell Nervosität und ein Hauch von Endzeitstimmung auf. Auch hier gibt es nur Brötchen gegen Bares. Nicht überall wartet der nächste Job bereits um die Ecke. Schlechte Bezahlung, viele Überstunden und eine stumpsinnige Aufgabe war eigentlich nicht das gewünschte Ziel. Dann machen wir uns einfach selbstständig. Ohne unternehmerische Erfahrung und ausreichende Marktkenntnisse zum Beispiel zu versuchen, eine Bar, Bäckerei, deutsche Metzgerei oder eine kleine Modeboutique an der Strandpromenade zu gründen, kann nicht gelingen. Zwar gibt es schöne Beispiele erfolgreicher Handwerker, doch kommen auf jeden selbstständigen Bäcker, Metzger oder Restaurantbesitzer zahlreiche gescheiterte Existenzen. Auch Freelancer die dachten, super Job ich kann von zu Hause arbeiten sind hier in Spanien schon an vielen Dingen gescheitert. Spontane Ich-bin-nur-mal-kurz-weg-Auswanderer kommen genauso, wie rund 70% auch gescheiterter Umsiedler, schnell wieder zurück nach Deutschland. Auswanderung wird, wie man in einer Vielzahl von Dokus-Obs, Mein neues Leben XXL oder auch Goodbye Deutschland, bestaunen kann, von einigen Abenteurer als Event und Ausnahmesituation im Leben betrachtet. Auswandern bedeutet nicht nur, die Koffer zu packen und ins nächste Flugzeug zu steigen, es gibt zu viele Stolpersteine, die den Lebenstraum zu Fall bringen können. Dem Alltag und der Heimat entfliehen löst meist nicht so einfach das Problem. Wichtig bei jeder Auswanderung ist die richtige Organisation und Vorbereitung. Doch selbst mit der besten Planung können immer noch unvorhersehbare Ereignisse plötzlich alles in Frage stellen. Was ist bei der Auswanderung als erstes zu beachten? Wie sieht es mit der Sprache meines gewünschten Ziellandes aus? Reicht nur Deutsch oder sprechen Sie dort auch überwiegend Englisch oder muss ich eine komplette neue Sprache lernen? Welche Dokumente benötige ich, wenn ich in mein Zielland übersiedeln möchte und was kommen für Kosten auf mich zu? Wo soll ich wohnen? Kann ich einfach eine Wohnung mieten oder kaufen? Ich wandere mit meiner Familie aus. Was sagt die Familie? Diese Fragen sollten Sie sich stellen, bevor Sie an das Auswandern, in ein völlig neues und fremdes Land denken. Waren Sie bereits in dem Land und haben dort Ihren Urlaub verbracht? Auswandern ist nicht leicht, besonders nicht, wenn die Familie mit auswandern soll. Überlegen Sie sich den Schritt ganz genau, Auswandern ist kein Kinderspiel. Wenn ihr Fragen zum Thema Auswandern nach Spanien habt, dann stellt eure Fragen hier in die Kommentarfunktion. Und habt ihr den Kanal schon abonniert, das Glöckchen gedrückt und einen Daumen nach oben dagelassen? Bis zum nächsten Podcast hier auf unserem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.